Willkommen zum Tech Summit 2018 in Berlin. Gipfeltreff der Elektro- und IT-Branche, der Tech-Community des neuen VDE. Impulsgeber für kreative Dialoge, inspirierende Visionen, intensive Interaktion, gelebte Innovation. Mit brennenden Themen für eine lebenswerte Zukunft. Von Industrie 4.0 bis 5G, von New Mobility bis Smart Energy wird der VDE Tech Summit Berlin zum Hotspot für Pioniere und innovative Querdenker. Eine neue Generation in der Forschung gestaltet gemeinsam mit Young Professionals das Programm des Tech Innovation Tank. International führende Wissenschaftler arbeiten gemeinsam und in Workshops an Ideen für unsere Zukunft bei Tech Meets Science. Co-Creation Workshops als innovative und kreative Meetings für Forschung, Technik, Wirtschaft und Politik bei Tech Meets Business. Und VDE Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung finden in Tech Labs und Tech Parcours Raum für spannende Präsentationen und gemeinsames Storytelling. Als internationaler zukunftsweisender Treffpunkt vernetzt der VDE Tech Summit Hochkaräter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in modernen Formaten. Technologiegeschichten, die wir zusammen mit Wissenschafts- und Industriepartnern, Global Playern und Startups erlebbar machen. Offene Architektur schafft Raum für frisches Denken, intensiven Austausch, Innovation in Echtzeit und für inspirierend kommunikative Abende. Fragestellungen und Programme entstehen gemeinschaftlich bereits im Vorfeld. Aussteller und Sponsoren werden zu Partnern, programmatisch integriert und nicht nur präsentiert. Der Berliner CityCube wird zum Marktplatz der Community. Für eine lebenswerte Zukunft. Vernetzt, digital, elektrisch. richtigen �8-2- Titelsen care